So, jetzt Kallenhardt bis Breitscheid. Hier sehen wir noch die schnelle Linksmetzgesfeld, runter, leicht bergab. Jetzt wird der Gang ausgedreht. Dann hier dritte Gangrecke, Kallenhardt durch. Hoch in vierten Gang. Wenn man es perfekt erwischt, nur kurz vorm Gas, schnell durchrollen durch die Schikane. Die Körpers sind extrem hoch, sollten aber weg davon bleiben. Dann geht es in eine schnelle Dreifach-Links im vierten Gang extrem schnell. Da kann man nur hoffen, dass da keine Öl spurtet, weil da hat man sonst keine Chance. Jetzt runter in die langsamste Stelle der Nordschleife, zweiter Gang, Wehrseifen, wieder rausverschleunigen. Dritter Gang, vierter Gang hoch, ausdrehen auf die Breitscheid-Brücke. Auch hier muss man extrem vorsichtig sein, weniger Auslaufzone. Hier, wie man sieht, direkt die Mauer. Deswegen gefährlicher Streckensabschnitt. Das war Kallenhardt bis Breitscheid.